Hallo zusammen! Ja, jetzt gibt es endlich mal wieder ein Video aus richtig schöner Umgebung. Hinter mir seht ihr quasi den Hotelstrand vom Viva Vinten Dominicos Beach in Bayer Hiebe, hier in der dominikanischen Republik. Ja, und in diesem Video zeige ich euch mal, was wir bisher schon erlebt haben, was wir auch noch erleben werden. Wir sind auch zum Glück ein paar Tage hier. Ich möchte in diesem Video einfach auf viel Laberei verzichten. Das wird jetzt wirklich nur die Begrüßung und dann seht ihr alles in Bildern. In Bildern sagen einfach mehr als tausend Worte oder Videosequenzen in diesem Fall. Ja, nur so viel. Also ich werde dann zu Hause noch mal ein Video machen, wo ich dann noch ein bisschen was erzähle, auch zu den Ausflügen, die wir gemacht haben und so weiter. Und vor allem, was im Moment ja viel interessiert, wie ist das überhaupt hier mit den ganzen Corona-Regeln? In Deutschland ist ja alles im Moment wieder richtig reglementiert. Ja, und ich kann euch eins sagen, wenn ihr mal wieder ein bisschen eine unbeschwerte Zeit ohne ganz viel Regelkram erleben wollt, Corona fast vergessen könnt, dann kommt ihr her. Wenn ihr in Deutschland schon der Meinung seid, ich muss lieber wieder einen Lockdown haben oder eigentlich sind die Regeln noch nicht scharf genug, dann bleibt lieber weg. Aber ihr werdet das ja auch ein bisschen sehen, was so alles abgeht. Und jetzt würde ich sagen, höre ich auf mit dem Labern und ich nehme euch mit ins Paradies. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.